Joachim Smalltalk bei Ademax, mit Ademax, von Ademax, über Ademax und um die Welt. Ja, der Binz ist auch am Start, aber das stellen wir selber vor. Ja moin, ich bin Felix Binz, bin 26 Jahre alt und seit einem halben Jahr... Das ist doch kein Tinder hier, was ist denn hier los? Ja, aber jetzt aber. Wir sollten wenigstens mal hier Starface ausschalten. Also darf ich eines sagen, wenn ich hier hinter stehen muss und ständig am Lachen bin, ne? Das kommt, glaube ich, auch nicht so geil. Läuft das weiter oder was? Ist ja noch ein Bild. Wahnsinn. Sicher? Outtakes haben wir schon. Nein, vorstellen, vorstellen meine ich doch hier, moin, ich bin der Binzinator. Nein, irgendein normales Vorstellen. Alter muss man nicht, oder? Ja? Ja, okay. Warte, dann sind wir noch nicht bei Tinder. Nee. Moin, moin, ich bin Felix. So, los geht's. Moin, ich bin Felix und war Ademax im Verkauf tätig mit Spezialität auf Ecoflorgeräte. Ja, und Balkonkraftwerke. Und alles was da über die Sonne läuft. Der grüne Daumen hier. Genau. So, das war ja erstmal, ne? Wie kommt da so klar bei Ademax Angestellten mit 1.000er im Monat? Bei 14 Stunden am Tag. Super. Super, siehst du ja, so muss er sein. Hier ist man hoch zufrieden. Erzähl doch mal was. Erzähl, hier. Wolltest du den Kleinen erst mal hier? Auf jeden Fall. Sag mal, ich geb dir den Kleinen mal. Ja, das ist das neueste Ecoflor-Produkt. Den stell ich runter. Den stell ich runter. Der hat mal ja ein Bild. Ja, das ist das neueste Ecoflor-Produkt. Die River 2 ist auch das kleinste Ecoflor-Produkt, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Ist für all diejenigen gedacht, die einfach eine kleine Powerbank brauchen für unterwegs, um für 12 Volt oder auch im 230 Volt-Bereich ein bisschen Strom mitzunehmen. Aber das Ganze eben noch gut tragbar für die Tasche. Für die Tasche ist gut, Tasche ist gut. Da habe ich auch einen anderen für die Tasche. Kannst du stabeln bis bei Lego? Genau, das stimmt. Das größere Modell hier ist die River 2 Max. Wie man sieht, gleiche Produktfamilie, etwas größer, etwas mehr Speicherplatz. Dafür doppelte Ausgangsleistung. Ist was für den Campingwagen zum Mitnehmen, für die Überbrückung im Zelt. Lässt sich genauso bei Solarladen wie auch alle anderen Ecoflor-Produkte. Lädt sich aber auch im Auto ganz gut, über 12 Volt. Eigentlich der ideale Begleiter. Der Wahnsinn. Und passt einfach so, auch die Frau die Handtasche nicht zu tragen, kann sie so ein Ecoflor mitnehmen. Das stimmt natürlich. Ist das die Delta 2 da oder? Ist das aber noch eine Delta? Nein, Delta 2. Ehrlich? Ja. Haben wir die da? Natürlich. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Frisch ausgepackt. Komm, ich schmeiß den mal wieder nach hinten. Der ist aber leicht, du, ne? Da leuchtet auch eine Lante. Guck mal, haben Sie den Schiko-Stecker quer angebracht. Da wird es aber betrunken auch schwer, da das Loch zu treffen, du. Damit man den Stecker, die dicken Stecker noch reinkriegt und das Gerät dann nicht frech steht. Okay. Das ist auch ein Argument. Bei den dicken Ladekabeln heutzutage. Ja. Hier nochmal. Zwei Nummern größer. Zwischenstück zwischen der River 2 Max und der Delta 2 wäre jetzt die River Pro. Haben wir aktuell nicht hier gerade zur Verfügung stehen. Wir haben es, wie gesagt, das Zwischenstück. Hier haben wir dann die Delta 2, nochmal eine größere Variante, deutlich mehr Ausgangsleistung. Auch erstmal die Chance, auch eine extra Batterie mit anzuschließen. Im gleichen Format quasi, um die Kapazität des Gerätes zu verdoppeln. Auch hier natürlich wieder Solarladung, 12 Volt Ladung, aber auch über 230 Volt. Ich bin meine extra Batterie ausgestiegen. Hast du das gesagt, da hast du? Ja. Wahnsinn. Mach mal weiter. Genau, ja. Ich habe hier einen wunderbaren Batterie-Extension-Port, um die Kapazität hier nochmal zu verdoppeln. Leider nur eine Verdoppelung der Kapazität, nicht der Ausgangsleistung. Auch mit extra Batterie bleibt die Ausgangsleistung gleich. Ja, ansonsten hier deutlich mehr Anschlüsse. 4x 230 Volt haben wir hier zur Verfügung. Also im Vergleich zur River-Serie eben deutlich mehr Möglichkeiten, Geräte direkt anzuschließen, gleichzeitig auch zu laden. und liefert so die Möglichkeit, glaube ich, bis zu elf Geräte gleichzeitig zu laden. Da bleibt dann aber nicht viel Strom übrig, oder? Da bleibt dann nicht viel Strom übrig. Wenn da elf... Genau. Jetzt kann man da elf Dinger anschließen. Mir fällt gar nichts an, dass ich da elf Dinger, aber da geht einiges, ne? Ja, das gehen ja ein paar Handys, ein paar Smartphones. Gerade für die Leute, die ja von EcoFlow von Tag 1 mitverfolgen, sind die Geräte natürlich mehr als interessant. Man kann seine Drohnen unterwegs laden. Man hat die Möglichkeit, Video- und Fotoequipment unterwegs zu laden. Ist nicht immer darauf angewiesen, wirklich genügend Akkus für alle Geräte dabei zu haben. Sondern man nimmt sich so eine Powerbank mit und das dann auch ganz gut beratet. Und dass man richtig geil aussieht in so einem Licht, ne? Da haben wir hier auch die EcoFlow an unserem... Wie nennt man das überhaupt dann? River 1. Lichtkreis. Achso, der Lichtkreis, ja. Der Lichtkreis lädt über die alte EcoFlow. Genau. Erste Generation, funktioniert immer noch tadellos. Ja. Hat schon einige Stunden auf dem Kasten, aber sie funktioniert, ne? Den ein oder anderen Härtetest hier schon mitgemacht. Brauchst du im Spielzentrum oder soll ich hier schlau wirken? Da könnt ihr ja gerne drauf schauen. Delta Pro haben wir, Delta Max 2000 haben wir, Delta 1600, Delta 2, Delta Mini. Die anderen haben wir vorgestellt. Ist ja eine verrückte Welt. Und einen Smart Generator wollen wir auch haben. Smart Generator haben wir auch da, ja. Der lädt dann den ganzen Spaß automatisch bei, wenn die Batterie unter der Spannung ist, die man eingestellt hat über die App. Ja, genau. Man hat die Möglichkeit, jede EcoFlow... Hab ich ja abgelesen, ne? Entsprechend... Haha. Das war aber viel Text für die Gleichzeit. Ja, ja, ja. Ja, man hat die Möglichkeit, alle Geräte entsprechend auch über den Smart Generator zu laden. Das Ganze auch Smart per App zu koppeln, sodass man sagen kann, der Generator soll in gewissen Stunden nicht laufen, zum Beispiel während der Nachtruhe. Aber man kann auch einstellen, sobald meine EcoFlow Powerbank hier unter 20% Akku hat, lasse ich das Gerät automatisch wieder aufladen. Aber jetzt wird der Spaß auf. Aber hier die kleinen nicht mehr, oder doch? Alle. Ach Quatsch, wir auch. Alle. In der neuesten Generation funktionieren alle. Ehrlich? Ja. Unde Scheiße? Ja, unde Scheiße. Ehrlich? Ja. Wahnsinn. Ich bin bei Delta Max und Delta Pro ausgestiegen. Ehrlich, unde Scheiße. Ja. Und jetzt aber hier die ganzen kleinen Pusse? Ja. Kann man das mal sagen, oder müssen wir da rauspiepen? Müssen wir rauspiepen, oder was? Also, ich meine, wenn wir uns das mit EcoFlow nicht verschätzen wollen, dann würde ich nicht unbedingt wissen. Die kleineren Geräte. Die kleineren Geräte. Die kleineren Geräte. Ich steig nochmal noch ein, ich spule zurück. Auch den ganzen kleinen Kram. Auch die ganzen kleineren Geräte lassen sich das. Die funktionieren jetzt per Smart Generator. Genau. Da stelle ich einen unter 17,5% und dann lädt er die wieder auf. Genau. Der einzige Unterschied ist, dass die Geräte noch nicht über Gleichstrom laden können. Die größeren Delta Max, Delta 2000. Gleichstrom ist in Deutsch 230 Volt oder? Gleichstrom 12 Volt 24 Volt. Also Gleichstrom eigentlich nur Gleichspannung. Das sagst du auch. Also nicht für mich, ich weiß das natürlich nicht. Für das Volk da draußen. Sie laden über Gleichspannung, also haben keinen Wechselstromverlust, haben keine Umwandlungsverluste, können direkt von Speicher zu Speicher quasi aufgeladen werden. Funktioniert dadurch natürlich mit deutlich weniger Verlusten, als wenn wir noch einen Wechselrichter dazwischen haben, der dann nochmal ein Ladegeräte versorgt. Ich wollte es gerade sagen, Wechselrichter natürlich. Genau. Und natürlich Wechselrichter. Ich google das nachher mal. Klar, also geht komischerweise alles von der neuen Eco-Flow-Serie über den Smart Generator, den ich vorgeben kann, um wieviel Uhr oder unter welcher Prozentsatz der sagt, jetzt geht's los, ich lade dich wieder voll. Genau. Bis Uhrzeit schlafen gehen nach dem Samtmann. Genau. Bis Michael hier früh zum 6 Uhr aufsteht. Die kleineren Geräte muss man noch über den 230-Volt-Ausgang direkt anschließen. Die größeren Geräte haben dann ein spezielles Adapterkabel, um da direkt geladen zu werden über Gleichspannung. Verpackt direkt. Was alles geht. Ja, das Eco-Flow macht's wirklich. Wenn das gar ne Werbeveranstaltung ist, dann müssen wir auf jeden Fall Werbung rum reinblenden. Können wir Eco-Flow noch schlecht machen irgendwie? Schwierig, würde ich sagen. Das Einzige, was wir... Ja, Oliges, wollten Sie auch noch kurz hier Ihr Gesicht reinhalten oder was? Um hier, um hier. Ne? Warum gerne? Schau mal, alles. Wer guckt denn da? Herr Bringschröder. Herr Bringschröder, jetzt schnell durchlaufen. Ich hab meine Ohren nicht oben, das schneiden wir raus, aber 17 Uhr 2 oder schon? Du musst auf die Toilette. Achso, das geht. Darf man das? Jetzt leise gehen, weil wir müssen nur weitermachen. Wo waren wir denn? Wo sind wir denn Schingelweg? Wir waren bei den... Achso, weil es schlecht ist. Der negativen Seite von Eco-Flow. Haben Sie ausgerufen. Sehr gut. Kann der Binschröder noch was Schlechtes sagen zu den Eco-Flow? Ich kann da nichts Schlechtes dazu sagen. Das Einzige, was mir minimal negativ auffällt, ist, dass sie die Farben nicht angeglichen haben von den neuen Produkten. Das ist schade jetzt mal ohne Spaß. Also ich darf es ja sagen. Das ist mir relativ latte, was da Eco-Flow sagt. Aber wir nehmen ja hier mit einem alten Telefon auf, aktuell noch. Aber die Farbe ist echt nicht schön. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da waren die ersten Modellen schöner von der Farbe aus. Also ohne Spaß. Also wir haben ja... Haben wir hier? Ja. Das war da hinten. Komm mal so weit? Ja, laut Bild. Ja, ne? Gucke nochmal hier. Gucke. Aber die setzt sich rein, dass wir da wieder eine anständige Farbe rüberkommen. Ja, ne? Und jetzt telefoniert ihr. Dicker, was ist denn los mit dir? Der ist hier am Telefon. Nur weil die Kamera läuft, läuft der jetzt hier durch. So, weiter geht's. Also ich hab nicht viel Macht. Aber die Macht, die ich hab. Die setzt sich rein, dass wir hier wieder eine anständige Farbe drauf bekommen. Aber wir haben Verlierer. Wenn ihr da Uschi drauf haben wollt, dann machen wir Uschi drauf. Ja, wenn ihr da was richtig egal ist, Carbon, schwarz, matt, machen wir drauf. Folieren wir drüber. 97,50 Euro. Machen wir drauf. Machen wir drauf. Auch in rosa. Für Frauen. Ja? Machen wir drauf. Diese Aussage. Hä? Jetzt Chucky freut sich. Chucky weiß noch nicht mal, dass er Chucky heißt. Aber der freut sich. Lass das weiter inzwischen. Ja? Ja, ja. Hat sich ja noch verquasselt, ne? Nachdem das ganze Lager hingegangen ist und gefragt hat, hey Chucky. 97,50 Euro. Dann machen wir das hier in lila, blau, türkis, rosé. Eine Farbe. Eine Farbe. Ja, mischen wir. Passiert nichts. So, was haben wir sonst noch für ein Thema? Weil das, ich mein, das ist ja durchgekaut hier. Die Farbe hat's ja... Die Farbe hat's ja... Die Farbe hat's ja... Na, die Ritzen. Aber das ist halt der einzige negative Punkt, ne? Oder? Was war's? Danke. Damit können wir leben, oder? Der typische Deutsche bemängelt immer den Preis, würde ich sagen. Preis, Preis, Preis. Aber Qualität kostet. Wie ich gelernt habe. Genau, Qualität kostet. Und ich habe mir immer gesagt, über Geld spricht man nicht. Man hat's oder... Man sagt nix, ne? Solarpenne. Solarpenne. Herr Wins, was ist denn los mit Solarpanels? Haben wir da denn was am Start? Ja, natürlich. Wir haben die volle EcoFlow Produktpalette da. Also haben wir auch die entsprechenden Solarpanels. Von 100 Watt bis 400 Watt haben wir da alles da. Also 100 Watt, 160 Watt, 200 Watt bifazial. Bifazial, so heißt es. Und 400 Watt haben wir entsprechend da. Sind faltbare Solarpanels, die ihr überall mit hinnehmen könnt, zum Camping, für unterwegs. Lassen sich zusammenklappen. Die Tasche ist gleichzeitig auch der Ständer für das Produkt. Ist ne geile Lösung. Das stimmt, ne braucht man. Passt zu den EcoFlows, passt perfekt. Zukünftig haben wir auch feste Solarpanels mit im Angebot. Die man entsprechend dann auch an die Solar... An die EcoFlow... Ich sag schon, an die Solar... An die EcoFlow mit anschließen kann. Ich sag nix mehr. Da haben wir alles da. Ja. Ach man ist ja wenigstens. Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden drinnen lassen, aber Fest und Ständer in einem Blatt. Was ist denn nur los hier? Das ist nur YouTube. Das ist aber hier. Können wir erst ab 18 einstellen. Aber auch scheißegal. Für die Kommentare, die nicht kommen werden, weil unseren Kanal abonnieren ja nicht viele, warum wir ein EcoFlows Werbevideo machen, was keine Werbung ist und wir verkaufen den Kram einfach nur. Darf man Kram wieder sagen? Man weiß es nicht. Aber das war, das ist halt Redewendung, Redeart, Jean-Gauss, keine Ahnung wie was. Mein Vater wird mich korrigieren, der ist Schriftsteller. Der sagt mir dann, das richtige Bulkabular in den richtigen Kontext zu setzen. Aber auch egal. Wir stellen einfach ITC Power hin, weil wir ITC Power lieben. Grüße gehen raus. Ja, das hat hier nichts mit dem Video zu tun. Aber wir lieben einfach ITC Power. Die machen unsere Stromaggregate. Und deswegen steht das hier. Das hat mit dem Video jetzt nicht viel zu tun. Hat aber trotzdem 9,5 Watt. Kostet nicht viel Geld. Ist klein, leicht und anständig. Wollen sie ein Bier bringen oder was? Ja, wenn sie möchte. Nee, dürfen nicht. Im Fernsehen, im YouTube, im Internet. Dürfen man kein Alkohol kombinieren. Aber danke für die Nachfrage. Ihr habt aber auch Alkoholfreiheit. Nein, 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 nein. Guck, die sind noch schlimmer. Ja, was können wir sonst noch? Können wir sonst noch? Habe ich wieder runtergestellt in die Kiste. Können wir sonst noch was? So sieht der Tisch traurig aus, ne? Brauchen wir wenigstens eine Pflanze oder sowas. Ja. Haben wir sonst noch was? Oder reicht erst mal? Ich weiß es nicht. Reicht erst mal, oder? Es ist kalt hier, ne? Es ist schon kalt. Kann ich mal heizen, ne? Ja. Dann machen wir Schluss. Dann bedankt sich die Firma Adelmaxx. Der Joachim selbst höchstpersönlich bedankt sich auch. Der Herr Wins weiß ich nicht, ob er sich bedankt oder nicht. Auf jeden Fall. Aber der hat ja Spaß hier in der Kälte dabei zu sitzen. Und dann sehen wir uns bei Folge 2. Dankeschön.